Rohat streamen? Roach, was will er von mir? Richtig! Ja? Die sind noch nicht mal draußen. Können die neue Sorten White Peach? Haben die die reingestellt bei Ebay? Ah, und 75 Cent Pfand, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aktuelles Gebot. 99.950 Euro. Aber wie kann es sein, dass sowas überhaupt... Guck Beschreibung. Genergy neue Sorte. Wo ist Beschreibung? Hier oder? Guck mal, wie die beiden Vollidioten da sitzen. Ganz unten? Ach du Scheiße. Also 100.000 Euro ist heftig. 100.000 Euro ist heftig. Da habe ich wirklich dick Schnapp gemacht. Karto wird angezeigt. Ich habe damit nichts zu tun. Mein Mod hat das ins Netz gestellt. Also ich bin komplett fein raus aus der Sache. Ganz wichtig auf diesem Foto. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Ganz, ganz wichtig. Dieser Mann... Also... Der junge Herr auf dem Bild ist nicht inklusive. Ne? Aber bald den Hubs. Drei... Gönnergy Dosen sind es nur. Nur drei Gönnergy Dosen. Karto ist da nicht inklusive. Ja, das ist krass, ne? Ja, das ist krass, ne? Warum? Wie viel ist dein Arsch wert? Was sagst du? Hat deinem Arsch einen Preis? Mein Arsch? Ja. Kommt auf anderen Wehen, weißt du. Ich weiß ja nicht, was der Typ mit mir vor Ort ist. Ja, aber so ein normaler Typ. Ein normaler Typ? Ja. Also wenn er mich jetzt besitzen will, jetzt nicht? Nein, Bruder. Das wäre mir hier viel zu krass, Bruder. Das wäre mir hier viel zu krass, ehrlich. Stefan? Sen. ... ... ... ... ... Vielen Dank.